Wir sind hier mit der Schülervertretung, mit den Geschichtssozialen. Und wir freuen uns, dass Sie trotz der Kälte den Weg zu uns gefunden haben, um Zeitzeuge zu werden, wie der Künstler Gunter Demlik aus Köln für die beiden jüdischen ermordeten Kinder in Kalbenkirchen und ihren Eltern in den Geschwänden gemacht hat. Zum Programm folgendes. Wir haben uns das so gedacht, dass Sie jetzt kurze Ansprachen hören werden vom Schulleiter Schiefelbein, Bürgermeister Wagner, von Professor Dr. Leo Peters und von Herrn Jonem. Das ist der Geschäftsführer des Landesverbandes der jüdischen Gemeinde Nordrhein-Westfalen. Anschließend werden die Schülerinnen Ihnen kurz etwas Biografisches zu den Familien erzählen. Dazu zeigen wir Ihnen vergrößerte Schlagzeichen und auch 4. Die lassen wir rumgehen. Und die geben Sie bitte am Ende wieder zurück. Hier haben wir viel zu erzählen, weil wir das Glück haben, dass eine der Verfolgten überlebt hat. Der Herr Schmitz vom Bürgerverein hat die Dame persönlich vor 20 Jahren interviewt. An der zweiten Verlegestelle, Steilerstraße, haben wir Ihnen sehr wenig zu berichten. Es gibt noch nicht mal Fotos von den Mädchen. Liebe anwesenden Gäste, Vertreter der Stadt Nettetal und vor allen Dingen auch liebe Schülerinnen und Schüler. Und natürlich last but not least, lieber Herr Demnig. Was die Umsiedlung der Juden genannt wurde, war bloß eine Aussiedlung. Die Aussiedlung aus Warschau. Sie hatte nur ein Ziel. Sie hatte nur einen Zweck. Den Tod. Erschütternde, ergreifende Worte von Marcel Reich-Ranitzki, gesprochen vor wenigen Tagen im Deutschen Bundestag. Anlässlich des Tages des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Marcel Reich-Ranitzki überlebte das Warschauer Ghetto und den Holocaust. Viele Millionen Menschen, vor allem Mitbürgerinnen und Mitbürger jüdischen Glaubens, wurden damals umgesiedelt, wurden ausgesiedelt und kehrten nie heim. So auch Bedwig und Max Leon, Ruth Lina und Simon Harf. Elisabeth Leon überlebte die Deportation nach Liga. Sie alle lebten vorher hier bei uns, in unserer Mitte, in Kaltenkirchen auf dem Fährweg 10 und der Steilerstraße 7. Nachdem auf Initiative von Vera Gebler im November 2010 bereits in Breil Stolpersteine für Nettetaler Juden verlegt wurden, wollen wir heute auch hier im Stadtteil Stolpersteine des Künstlers Gunther, nämlich für die Familien Leon und Harf, verlegen. Diesmal ging, wie erläutert, die Initiative von Schülerinnen und Schülern der Gesamtschule aus. Euch gilt hierfür im Namen der Stadt Nettetal. Mein ganz herzlicher Dank, aber auch meine Anerkennung. Vielen Dank, aber auch meine Anerkennung.